Jaaa, oh ja, das ganze Wichsen hat sich wirklich ausgezahlt. Alright, 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 Leute, willkommen zu dem neuen Spiel, diesmal Clicker Heroes. Der geilste Shit, der gerade unterwegs ist auf YouTube und Zoom zu sagen. Ich kenne es, glaube ich. Das ist sowas wie Cookie Clicker. Ne? Yeah! Das ist awesome. Cookie Clicker mit RPG Elementen und guter Grafik. Fuck yes! Und jetzt müssen wir die Maus hier totklicken. Oh, ich kann mir einen Abenteurer leisten. Nice, der hilft mir jetzt. Noch einer. Ich weiß zwar nicht, wo ihr seid, aber der hilft mir jetzt. Yes! Yes! Super Gameplay! Ten of Ten! IGN! Noch einer. Je mehr ich habe, desto mehr Helper habe ich. Shit. Shit ist weiblich. So. Guck mal, wie ich die wegbäsche. Noch einer. Bam! Bam! Die sterben, wie die fliegen. So, 50 Münzen. Jetzt habe ich einen Treebeast. Der macht selber Damage. Ich muss gar nicht mehr klicken. This is life. Guckt euch das an. Die sterben wie selber. Die sterben wie selber. Super Wort. Super Spruch. Aber nein. Komm. Wir klicken uns hier zu Tode. Das ganze Masturbieren muss ich ausgezahlt haben. Ich habe sogar fucking Achievement bekommen. Für ein Geben, dass ich nicht mal durchzocken möchte. Holy shit. Ich habe Cookie Clickers richtig lange gespielt. Und das war der Shit. Komm schon. Man kann hier Gebiet wechseln. Sag mir das doch. Tut er nicht automatisch. Ich wäre jetzt schon ein Stück weiter. Hätte ich das gemacht. Na ja, gut. Zack. RL komplett. So. Ab ins nächste Gebet. Gut. Die stecken hier ein bisschen mehr. Und da gibt es 5, 4 Münzen. Nice. Das geht ja ab wie Luzi hier. Ach. Der Finger wird müde. Aber ich muss einfach weitermachen. Ich muss klicken, was das Zeug geht. Juckt das Spiel eigentlich noch irgendjemanden? Ich glaube, das war vor zwei Monaten interessant. Jetzt nicht mehr. I don't give a fuck. Wenn ich klicken will, dann gucke ich mir einen guten Porn an. Damit der Muskel richtig trainiert wird. Was ich für eine scheiße Labe, ey. Boss. Boss, feig. Komm schon. So. Mein Secret Monster ist nicht. Komm schon. Komm schon, Zen. Dafür hast du jahrelang trainiert. Dafür. Von wegen Gaming. Gaming ist einfach. Gaming ist. Anstrengend. Gaming ist fucking anstrengend. Besonders die Bosse. Huh. Dafür. Dafür lohnt es sich zu leben. Bestes Game ever. Alter, Alter. Huh. Da wird man ja richtig verschwitzt. Huh. Fick und fertig. Ei, 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 ei. So. Ich kann mir bald einen neuen Krieger leisten. Okay. Stufe 10. Nächster Boss. Werde ich den schaffen? Bam, 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 bam. So. Oh. Ich sterbe von alleine. Ich kann shoppen. Hier gibt es einen Shop. Ah. Echtes Geld. Okay. Nächster Boss, Leute. Schaffen wir es den? Das ganze Wechseln hat. Ich hab mich ausgezahlt. Holy shit. So much damage. So much damage. Zehn Sekunden. Belya. I'm the fucking shit. I'm the fucking shit. I'm the fucking shit. Das. Das burnt. Das burnt in den Arm. Wenn ihr schon immer gute Oberräumenmuskulatur haben wollt. Vergiss Porn. Vergiss alles, was ihr bisher hatten. Clicker Heroes. Der trainiert euren Wix-Arm. Besser als alles andere. Uh. Fette Money. Guck mal. Ich kann mir Brittany die Bridge Princess kaufen. Yeah. Die Bitch Princess. Genau. Okay, Leute. Ich glaub, das war's für Cookie-Clicker. Äh. Clicker Heroes. Awesome Game. Kann man echt seine Zeit verbraten, wenn man grad davon zu viel hat. Die ich leider nicht habe. Macht Spaß. Sollte man nie bei 40 Grad im Zimmer zocken. Dann kommt man ins Schwitzen. Und besonders, wenn man so viel Power gibt bei den Bossen. Holy Shit. Neue Ära. Nein. Spiel ist gut. Ihr kennt das Spielprinzip bestehen. Man levelt halt mit. Man kriegt immer bessere Gegner. Und man wird halt immer besser. Und Makri macht immer mehr Schaden. Spielprinzip ist super simpel. Super gut gemacht. Macht süchtig. Kann man echt lange zocken. Und es gibt ewig lange Ausbaustufen. Man kriegt hier halt Fisherman. Und dann kriegt man immer neue. Es gibt 1000 Achievements. Guckt euch das an. 1000 Achievements. Tausende. Holy Shit. 1500.000 Monster. Das sind 100k. Das sind 100.000 Monster. Und das sind 1.000.000. 1,5.000.000. Shit. Da hat man was zu tun, wenn man alles holen will. Oder auf jeden Fall hätte man keine Freizeit, wenn man das alles holen will. Das war es von meiner Seite aus. Gebt dem Video mal einen Daumen hoch. Wenn ihr euren Wichsarm auch trainiert habt, schreibt mir mal in den Kommentaren, wie stark euer Wichsmuskel ist. Und auf jeden Fall schaltet rein in die nächste Folge und gebt mir Flosse. Flop.